Nichts geht über einen guten, klassischen Haarspray. Ich habe ihn auch wieder so ein bisschen für mich entdeckt und vor allem den, weil er klebt nicht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mir ist total wichtig, dass nichts verklebt oder dass man auch nicht jetzt mal irgendein Shampoo braucht, was irgendwelche Rückstände von irgendetwas herauswäscht, weil das möchte ich auch gar nicht haben. Und das ist Air Control Spray und der ist federleicht. Also ich sprühe den mal so ein bisschen bei mir auf. Ihr merkt es auch, der Nebel ist ganz, ganz soft. Und die Haare bleiben dann noch weich. Und das hat heute meine Frisur vor dem Regen gerettet. Also es ist federleicht, aber auch wieder mit einer irrsinnig, irrsinnig großartigen Wirkung. Ja, es ist der Air Control Hairspray.